Das Leben wagen, Grenzen überwinden, neue Wege suchen und finden, die Zeit verstehen, Dinge verändern mit offenem Herzen, wachem Blick, freiem Denken, pausenlos im Tun, Kämpferin für eine bessere Welt, eine starke Frau voll Mut und Energie. Wege mich, vertraten Drang, die Welt gestalten, gegen alle feindlichen Gewalten, eine starke Frau voll Mut und Energie. Wege mich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020